hallo willkommen ich zeige euch wie man das ganze ja ein tutorial ich zeige euch mal wie man städtien also die standard karte städtien modded installiere installiere zum moment ja hier warte mal hier städtien hier ich vielleicht schon gefahren bin und zwar wir haben eine modded map eine modded die modded 1.4 die originale version und erst mal ließ mich redmi datei ist man ließen ja ich besitze auch andere blausers zum beispiel und zwar was brauchen wir es dafür wir brauchen ai listen nicht die normale version werden natürlich vor den hooms datei einfach mal ein backup machen kann machen und ja einfach backup machen okay das ist sehr krass das ist das ok äh ja also dings hier backup machen also das ist die modder datei ihr müsst natürlich die ganzen datei die ganzen dings backup machen wenn ihr was drin habt backup machen ich habe zum beispiel ich habe nichts drin in den backup in den backup ordner bestimmt habe ich das drin ne einfach mal backup macht dann nehmt backup dann könnt ihr einfach backup ich will das zeigen ok jetzt ihr kopiert das ganze du kopierst das fügst ein um die hopferzeichnis bei mir unter meine computer games v steam gaming um die zwei märz also durch bei externer verspatter habe so wir ja wir schieben ist das rein so einfügen pass auf jetzt schieb da ist rein auch tobi soccer ist online aber jetzt pass auf ich man die note und zwar ja von mir sind drei sind wie online sind die leute 30 leute online weiter vor mei ok also wenn die leute sind online so schon installieren ob der fehler gemacht ups sorry das kommt auf keinen fall jetzt nicht passieren auf keinen fall nicht passieren so kopier das ganze rein hier noch mal rein kopieren weil schiefer muss hier rein finden ja was kommt denn vollen du sie so sie drei habe ich ein live stream machen will also ihr kennt so sieht der bahn solarisch oder bahn simulator kommt würde ich ins live stream machen ihr wird natürlich offiziell natürlich bei euch eingeladen zu diesem samstag stream zu machen das heißt könnt ihr natürlich mitschauen was ich da gerade fahre ist natürlich ja mal schauen wie beim computer sowas will beim computer hat immer seine weil ihr nichts hört weil hier ist auch typisch habe ich auch schon mal erzählt und kopiert dass man die sprenz also dies da also moment mal dass da wenn er hoch datei beim bus packen muss dass das das kopieren also für ein beispiel so jetzt kopiere ich das ganze mal kopieren rein damit rein damit so und sei wort schnell eine hof datei sondern wir brauchen der hof datei z st den hof habe ich ja schon ja aber 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 nicht vor dem facebook kenne ich jetzt aber schnell im bus nehmen ja ja und zwar ich habe ein bisschen als sie haben ein paar büsse installiert und mehr um mit Prozent 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 Ruhrgebiet Herr Kotz mit Ruhrgebiet auch nennt zu kotzen Ruhrgebiet alles so Schlachthaus Schlachthof aber keine Ahnung so dann gruppierte noch testa dies da so baumgarten kann mich um den arsch lecken so und zwar facelift rein damit ja vielleicht ein bisschen wissen nur weil ich ein paar pillen genommen habe wir drücken aber geht um sie zwei spielen bisschen hinten machen bitte so und zwar ihr seid natürlich recht eingeladen zum zum so sie drei also so sie drei zum live stream also ihr seid so sie drei wird gefahren auch komm ich zeige es kurz mal schnell gekommen ich zeig das kurz mal schnell ich mach mal einen anderen blauser öffnen ich mach mal einen anderen blauser offen sondern wenn meine opra weil jeder jeder kennt diesen blauser habe ich werbung gekickt und das soll zum beispiel l ich muss es mal mit wenn ich jetzt auf hier gehe wisst geräusch hier drin also das ist auf jeden fall so ich klicke das macht so mein kanal und zwar ich habe hier das zocke ich danach also seid ihr eigentlich eingeladen und jetzt war ich natürlich jetzt auf um sie weil ihr wisst und sie zwei so gucken kann ein bisschen dauern halten kann auch wissen so ein paar testen dauern schönes bild wollen wir sagen standard keys wer mal gucken gucken muss ich mal gucken und was ist hier los jetzt ach jetzt startet er endlich ja eigentlich weil natürlich ist es aber es ist mal gucken soll ich mal drüber gehen ja bis geöffnet hätte wenn ich mal drüber gehe so man 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 schon 15 uhr schon 15 uhr schon 15 uhr haben wir schon eigentlich natürlich warte nein 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 wir müssen das erst mal die karte ohne busleiten erst mal machen das ist sehr wichtig sonst habt ihr lehre steht da irgendwo irgendwo hin also in der letzten ecke so dann da guckt die da habe ich die schon die aufgezogen für euch das die mode datei das die mode und so weiter es kann auch natürlich die einstellung die eingestellt habe aber bei mir läuft es für sich auch einfach allgemein anstellen ich muss mal gucken was die wenn irgendwas gefragt wird und eben ja das ist auch ganz bald so so mal gucken und zwar neue linien sind dabei oder so 60 hier die 60 sind neue Sachen gekommen malen das stimmt da nicht, also irgendwas stimmt da nicht, also wenn ihr seht, ihr seht, ist hier nichts, also ich seh nur, ich seh nur, ich seh nur durch mein, mein Let's Play ist, das zu teuer ist, bei mir gescheitert, das heißt, ja, man, ach man, vielleicht musste ein paar Objekte haben, ich weiß ja nicht, es hat natürlich eine Rhythmie gehabt, aber natürlich auf jeden Fall, Rhythmie, und zwar Rhythmie, ich kann mal kurz mal gucken, äh, 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 man, 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 mein erster, mein erster Fail, so, öffne mal, so, und zwar, und zwar, ich klicke das mal weg, das brauchen wir gar nicht, und zwar die Installation, ja, die KI-Listen, weg, abmachen, ok, hier steht auch nichts dabei, wo, wo sind Objekte, die Installation gebraucht sind, steht auch nichts drin, ja, oh man, ach weißt du, was, ach weißt du, ich wollte ein paar Büsse zeigen, ich wollte ein paar Büsse zeigen, nach dem Bus gescheitert wurden, bitte, hab ich noch Grafrad drauf, ich glaube, Leute, ich hab noch Grafrad noch drauf, weil Grafrad hab ich noch drauf, also das ist die, Grafrad ging es da, äh, Moment, Leute, verarsche euch nicht, ich hab noch Grafrad drauf, oder? Hab ich noch Grafrad? Nö, hab ich leider nicht mehr in den Laufenszeit, hm, komisch, aber weißt du was, ich wollte hier einen Bus testen, hier, und zwar, ach Gott, bald Kind, so wild, ja keiner Mensch, gucken aber, äh, 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 maschkwitzl, hm, 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 ach komm, Mal schauen, ich mach mal der Mühe, ob die Büsse dann funktionieren, so, dann los geht's, äh, äh, ah, äh, jetzt guck ich noch kurz mal, unter Parkizau, da funktioniert die Map, also, da funktioniert auch die Map, bei mir, auf Parkizau, dass ich das weiß, bei mir funktioniert die Karte, eigentlich bei mir habe ich keine probleme also allgemein ich habe damit auch keine probleme damit den mit dem spiel also von mir läuft so viel fall und hier ruhig war ich bin total ruhig also bevor ich würde meinen videos ich gebe euch mal ein video wie wie mein scheiß pc da hörst du an wie ich gleich sage ich euch hier gibt gleich ein video und zwar sofort so dann habe ich noch ein video offen von meinem live stream von dritten dreißigsten siebten also vor ganz lange her dann die 21 dann ist august wieder vorbei dann kommt dann weiß ich nicht was kommt denn nach august oh gott was kommt denn nach august oktober nähe oder nummer weiß ja nicht oktober oder schreiben einfach kommentare ich bin natürlich quasi muss so sagen ich muss so sagen wenn er wenn er natürlich so sie für das so sie auch leistigen machen ja ich würde für auch leistigen machen habe ich schon gesagt dass ich nur noch mal installieren das spiel erst mal mit und ich erst mal und ich in drei Fall wenn ihr fertig in zu lehren weil ich bei mir brauche ich noch ein bisschen zum spiel zu installieren weil das so ein großes Spielstück und zwar sofort so keine Liste ach ja das liegt man sehen jeden Fall so ja das ist natürlich noch ein dritter morin und zweiten gleich stehen da weil ich um zwei fahren nur um die kein t ist weiter es wird langsam langweilig der es wird nur komisch 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 meine ich habe den tastatum dann kann das bei mir unterstützt und wenn ich andere farben machen zum beispiel aber ihr seht dass dass ich ein bus ja es war nicht fertig und sowas der war nicht hier fertig hier sieht das installation ich habe das morphe sound paket installiert aber was ihr seht aber ihr könnt hören also auf jeden fall ist meine busleiter gottes wisse gescheitert das heißt wenn ich einen bus installieren dann braucht das irgendwo ab dann könnte ich das ganze in falle und also wenn ihr sagt dann klickt ihr auf den bus hier drauf wie ihr seht das nicht wo wir über die busse einfach um ein fern also ich habe noch anderen zetaro zum beispiel einfach mal drüber schauen könnt zum beispiel niederrhein niederrhein der deutschland immer wo die wo die alles her haben ich weiß ja nicht so und zwar ich habe ein bus installiert also der heißt oh mein in der ruhe sondern den bus würde ich euch mal zeigen ich weiß ja nicht ist ein altes modell ja ja ich weiß es so bild bild so fort durchsuchen so so moment ja ja ich weiß jetzt habe ich schwarz bild reingedruckt dass ich das ist das weise aber dann nicht nur das hintergrund ist mir scheißegal so 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 jetzt natürlich machen wir euch eine schütte schützt auf der zweite schützt schützt verdrückt verdrückt die nicht natürlich irgendwo verdrücken wollte aber kann und ich weiß ja nicht aber ich halte mich daraus so Scheißegal, ist eh nein, so Ist egal, Tuf Tuf So, ist egal, Tuf Tuf Ist mir scheißegal, auf Tuf Tuf Ist mir scheißegal, darf ich noch von So Und wieder da, so Ist das auch wahr? Jetzt muss ich das Ganze bisschen Dann nochmal, so Und zwar nochmal Oh Oh Ja, SSD hier drin Weil ja, Leute wissen ja Dann läuft Windows ja schneller Als mit der HD-Festplatte Und auf jeden Fall Was soll ich natürlich auf mich denken, wenn ihr durch HD-Festplatte, dass eine SSD drin läutet Das ist, diesen PC, die ich besitze hier Da ist eine SSD drin Läuft schneller Mit Windows Mit schneller, läuft viel schneller Und booten brauche ich in ein paar Minuten Und dann gelöscht das Kätzchen Eigentlich habe ich noch ein paar Spiele hier Wer das Spiel haben will Könnte ich nicht hier Da habt ihr ja schon das Spiel Kennt ihr das Spiel schon? Könnt ihr euch verlosen Könnt ihr vielleicht das Ganze auch Dann mache ich noch eine Routine-Ferbung Weil wir natürlich Voluten-Ferbung machen So Jetzt viel länger Ja, heute auch HD Hab mal die ganzen Videos geguckt Aber natürlich, dass ich auch lauf der Zeit Hab ich auch ein paar Leistungen gemacht Aber die waren alle, alle Alle ja mit Musik Ist YouTube halt Alle Beschwerden eingelegt Und dann Silvester-Lightstream Ach, ach, das war Zeiten Ach, das war Zeiten Silvester-Lightstream Und dann war es gemeldet Und dann war es gesperrt Ach, scheiße, einfach Wenn YouTube irgendwann tot ist 2020 Selbst keine Plattform Dann nehm ich meinen Account mit Nimm woanders Wenn YouTube gar nicht mehr extortieren würde Aber auf jeden Fall Man hat sich eine Plattform entschieden Also ein Lotto rausgelost Dann hat man sich ein Lotto gelost Und dann sage ich Okay, was können wir dann heute noch machen Gibt es dann auch eine Möglichkeit, etwas zu machen Und wenn auch nicht Ich meine, sonst dann bin ich auch natürlich ganz gut aus Aber natürlich auf jeden Fall So, das ist der Bus hier Sieht ein bisschen anders aus Ich weiß ja Und zwar und so, wo So, aber kann man noch was anderes Und zwar kann man noch nicht Und zwar kann man noch nicht Und zwar kann man noch nicht jetzt hier machen Das zeige ich euch So, kennt ihr das Ganze zum Beispiel So, so jetzt So, wenn ihr euch eine kleine Linie bringt Dann nehme ich euch eine Linie mit Mit einer Gelenkwante Und zwar Badkinson Ja, dann können wir das Ganze einfach mal hingehen So ein Badkinson Weil Und zwar welche Linie war es denn Gelenkwante 111, okay 111 Da ist sie schon Da klickt man drauf Und zwar, ja Ist halt scheiße Ist halt scheiße Mein Tutorial ist ja schon 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 Versager Wenn die Leute zu viel Kohle auf YouTube haben Die Werbeeinnahmen Da Werbungeinnahmen Da Noch Und wenn man das ganze Video guckt Dann hat man Kein Bock Auch Schnauze voll Wenn man die Werbung Einfach wenn man Natürlich Man kann mit der Adblock anmachen Aber Adblock Besitze ich gar nicht Weil Ja Ich drücke immer durch Überspringen Aber Manchmal lasse ich auch sein Oder spiele ich auch Und spiele ich auch playstation Weil playstation Ja Auch so nie Weil natürlich Auf jeden Fall so Wollen wir Licht hier noch an Nee Wollen wir Licht anmachen Nee Das können wir uns Aber komm Wollen wir mal so So Wir machen jetzt Jetzt den Jetzt brauche ich natürlich Es ganz wieder so einen Ein Moment Wie ich das Ding jetzt schüttere Wie ich das Ding jetzt schüttere Deswegen Bitte Bitte Fahrcode Eingeben Okay 5 3 5 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 6 6 5 7 7 7 8 9 10 11 11 12 11 12 11 12 11 12 11 11 10 11 11 11 11 nur 11 meine Fresse was jetzt los und jetzt nein kann ich jetzt wieder was umschwitchen danke und zu elf 111 ok und zwar noch mal 311 und gute 1 ok ok so motor an und ab geht's wir fahren natürlich ein Gelenk runter ihr wisst doch und ich kann natürlich keine Premiere machen auf 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 und zwar die Linie geht ja nicht ja halbe Stunde meistens und zwar hier geht die Anzeige auch nicht ja egal mit Windows XP natürlich natürlich gibt's auch natürlich ja die Server auch mit Windows XP auch länger gelenk so und zwar ja das ist der Bus halt ne aber damals hatte ich auch den Bus gehabt aber ich weiß ja nicht das war das was kann ich mich dran erinnern kann ich mich nicht dran erinnern so 4 4 4 ok so ne ich hätte gerne eine normale Fahrkarte ja hallo hallo morgen einmal normal danke mal da schaltet der heute heute noch er schaltet nicht der schaltet nicht was soll denn das guten Tag willst du selber schalten einmal kurz Strecke bitte danke was die Sau St. Nikolai eigentlich mal da sei ich alleine eigentlich mal da sei ich alleine eigentlich mal da sei ich alleine heute natürlich heute natürlich ein bisschen relativ spannend morgen guten Tag einmal wieder kurz Strecke guten Tag Prüföffner danke hallo es fehlt noch etwas rückgeld jetzt muss ich da lang ne jetzt kommt der Schirer wir müssen nicht auf so eine enge Gasse jetzt dann auch nein könnte ich auch mal wie mal runterladen wenn ihr ins profil der scheiße was ist jetzt ich bin natürlich auch mal ich mache bei der Zaun ist natürlich nichts nichts besonderes jeder kennt du die motor sonst also ein und zwar und zwar ich könnte natürlich auch war ins runterladen aber welches insburg runterladen und dann gucken ja ich bin ich gerade um sie platz der freiheit 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 guten morgen tschö tschö manchmal so alt ist alt ist alles alter bus kann so fahren so das kann natürlich jetzt hier lang man ist das Teil ist das doll eng weil man jetzt mit dem Gelenkbus fahrt und dann bringen mich selber um wenn ich ein bisschen mit dem Gelenkbus rumfahre ja es ist eine Gelenklinie eigentlich ich kann doch nicht machen 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 Bücherei brauche ich nicht zu lesen kann auch so schaue ja ich habe aber mal mit dem handy mal gefilmt einfach mal anders rum gedreht hat er natürlich jetzt noch keiner rand mehr ja bitte schön wieder runter und und jetzt wo muss ich jetzt lang ach genau ich muss jetzt auch da lang ist er kompliziert hier ach du scheiße jetzt muss ich natürlich da lang warum sagt mir keiner dass das hier noch lang geht dann fahr mal da lang davon dann lang mann 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 ja dieses wum 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 wahnstedt wahnstedt ja du mich auch wahl wahl ab ich könnte es einfach Musik an machen ne und dann kannst du euch die Fahrt natürlich auch irgendwie feuer war nicht ich will keine Musik ich höre nur auf Spotify ich höre nur auf Spotify aber natürlich das kann man nicht verwenden weil bei YouTube war man keine andere gescheite Verbindung ich habe ganz andere Musik verwenden ich kann das ist ja da wieder gemeldet und so das ist ja so das ist ja unglaublich ja was ist denn was ist denn die Leute sind Kurven Leute sind Kurven ich kann nix bremsen grenzen grenzen führer schlechter Fußfach komm komm kommt ja, ja, komm, komm, da kommt die Finale Alter, Zitaro Summiiции GFC ittara das ist, der Tag aus geil das ist zu Tag aus style aber natürlich das Ja, sie wollen mit Jays�umacher ja ja Fürra was hat der gesagt was hat sie gesagt ja äh assault üblicher keine Ahnung ob er wieder fährt keine Ahnung einmal noch mal bitte mehr als Bastian Vettel guten Morgen eine einzelne Kanon-Opera es ist ein Formel 1-Spiel aber Formel 1-Wer fährt keine Ahnung natürlich Eivis hat durchstands Kacke Corona wenn man kochen will da so sollte ich keine Ahnung bei sondern egal ich habe mit der Watt raus sonst wenn wir ich habe heute so was haben wir denn für ein Streifstoff hier drin nach kann ich nicht ist das so ein scheiß dann halt doch mal die Schnauze im Moment ich will gucken aber ich kann dich auf dem Display nicht gucken das ist das denn nur wenn ich bremse was ist das für scheiße ich kann nicht auf dem Display nicht gucken kann ich um zwitschen böse scheiße sofort wieder wusste nicht so habe ich gedacht nein so brems tot wird so da ist nichts zu suchen Leute Leute Moment 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 so Leute ich habe ein Gefühl bitte nicht nachmachen also bitte nicht wissen so Dankeschön Mauer ist da weg so also bitte auf jeden Fall nicht wissen warum fragt mir keiner wo es lang geht aber blüht ist nach wie so und zwar ich muss natürlich jetzt nach da lang fahren sonst so so ein bisschen warten ich bin mal aber die Klimaanlage an nee und es ist auch wieder Bullenwarm oder es ist halt eine Devozierung hier wo mich selber infizieren können Junge ich habe keinen bock zu warten ah jetzt darf ich hier fahren ok das ist das ist sehr krass ja das ist auch da lang und dann selber fährt noch hier lang jetzt ein bisschen andersrum aber könnte es natürlich nachvollziehen hier und zwar hier lang ich hoffe ich schon eine halbe stunde vor zu fahren so nein Lenkrad gibt es kein Lenkrad für mich ich fahre Monster zur Tour ja ein bisschen Rad waren natürlich auf jeden Fall so wenn sie die vorsichtiger fahren nein kann ich nicht und wenn du in der passt aussteigen passt aussteigen ja natürlich fast mit witzig ist ja nichts dagegen aber natürlich dass ich Kollision ausschalten aber ja das ist auch gut oder so oh schön hier das ist das schönste Teil was ich finde was das schön finde boah Stadtpark ich brems mal alter steig aus oh ist das schön das schönste Teil alter oh mein wundergegangen geh mal weg du weil blöde pisse oh ich kann kein Foto machen oh geh mal weg ich kann der fremden Gesichter haben so passt schon so ja ich habe dieses steam dieses Geräusch habe ich ausgeschaltet auch was ich wild mache habe ich weg ausgemacht weil brauche ich kein mensch wenn wir wirklich was ich will kippt schütte boah das blendet hier alter das blendet für mich so und dann mit so und zwar hier geht's lang ja die zweite soll in die hölle gehen ja 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 da kommt noch zu mir wir fahren natürlich jetzt direkt dahin kommt da schon auch kommt schon an ne nil was ist mit neuten und nieren geht das noch äh nil das ist sehr wichtig nil 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 nicht nil 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 wo sie hier längst auch nur sie alle Richtungen und zwar gibt es den Stadtpark fahr ich nicht zur Stadt wird er auch noch drüber Prozent nein der fährt nicht drüber sondern alle Richtungen okay nur gucken alle Richtungen nicht das ist wo wir gekommen sind also dann fahr mal gerade ausweilen Mann 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 wird total warm hier ist ja natürlich der Betriebshof da können wir ja 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 ich bekomme eh wo sie hier lang wo muss denn lang heute ach du scheiße nicht der Post Maulhaum das nervt das nervt auf jeden Fall das nervt lassen wir fahren bitte fahren ich habe freie Schnauze so und ja es gibt vielleicht kommt Hater und sagt ja bitte fahren mal vernünftig mit deinem komischen Gelenk ja was soll ich so machen was soll denn jetzt wie gedacht bei Kinzern also ich muss so sagen so wie sie fahren aussteigen es ist ja unmöglich die Tür auch ich will hier raus nee 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 ich kann nichts tun lassen wo muss denn lang hier meine Fresse ich musste weg verschnaufen so ich musste weg verschnaufen so ich musste lang kein mensch sagt wo lang ich weiß war es sei lang wenn ich so der blöden vergesst könnte aussteigen die Wixer so so jetzt haben wir noch runter passieren fahren hier machen sie bitte die Tür auf ich will hier raus ja schnauze dann geht doch raus geht auch kann man auch machen dann steigt los ok ok wir haben natürlich alle begriffen aus diesem land aus diesem land kann ich nicht arbeiten so kann ich nicht arbeiten so wir geben die Tür auf hier so moment mal ah egal so pass auf Leute dann steigt doch raus so aussteigen steigt aus macht was ihr wollt ich drücke mal hier rauf steigt aus geht nichts hier ja das geht die ziel das letzte feld geht in die tonne so steigt doch aus meine Fresse immer aussteigen immer wenn es verdammt aussteigen ja kannst du natürlich kannst du den Ton ausmachen weil jeder wisst was da kommt aber jetzt kommt wieder Werbung weg doch mal Werbung ich hab genug Werbung gehabt Hallo Leute Status Update Fokus Fokus fahre steigt die Temperatur in diesem Zimmer auf 40 Grad an ähm 0,7 Grad wenn ich den Rechner da hoch fahre steigt die Temperatur in diesem Zimmer auf 40 Grad an ähm der Prozessor schaltet sich nach 5 Minuten rendern automatisch ab der Rechner geht gar nicht erst an und der Laptop da den hab ich gar nicht ausprobiert ähm hier oben wird es nicht kalt es soll diese Nacht regnen ich hoffe dass da durch das Fenster ein bisschen was Frischluft reinkommt aber ich kann nicht rendern ich will nicht riskieren dass der Rechner kaputt geht deswegen die nächsten paar Tage wo jetzt diese 38 Grad sind bleibt bitte ruhig es geht einfach nicht hier oben ist auch unaufgeräumt ich weiß ähm ich kann mich hier oben auch nicht lange aufhalten weil ich öle gerade wie Sau ich weiß nicht ob man das sieht ähm hier ist so ein Lüfter der läuft den hört man da hinten ist noch ein Lüfter der läuft damit hier zumindest ein bisschen Zirkulation drin ist aber hier oben ist es so warm ich kann momentan meinen Rechner nicht benutzen ähm deswegen würde ich sagen sorry dafür boah boah warte warte mal warte mal boah so jetzt sind wir wieder im 25 Grad Bereich ähm es ist so warm hier dass ich mich dazu entschlossen hab alles mal mein gesamtes Leben nach unten zu verlagern ich lebe momentan äh in unserem Geschoss und da ist mein mein Chromecast hier da dieses super super geile Ding womit ich momentan oh Gott der ist auch warm ähm womit ich momentan Videos gucke von ähm und da ist momentan tut mir leid ich kann nicht hochladen und hier das ist der United Media Router ich geh mal gerade rum rum eine Sekunde der ist gestern ist der ausgegangen beim Hochladen der ist zu warm geworden hier oben drauf ach ja er ist warm eins ach ja er ist warm der einzige ach ja er ist warm ausgegangen beim Hochladen der ist zu warm geworden hier oben drauf ach ja er ist warm das einzige Mittel zu überleben ist das hier und ähm ja momentan nur Real Life Videos das ist mit meinem Handy kann ich noch so gerade arbeiten das ist meine Wasser äh meine Wasserversorgung weil äh Leitungswasser ist warm alles ist warm die Katze draußen die leidet es ist nicht geil draußen naja da will ich da ist Größer ach du Scheiße Halt mal gerade oh Leute Moment mal halt doch mal gerade die Kamera ich wird gleich schlecht Leute ich wird gleich schlecht oh oh ich stech ne ich bin zu ich stehle es ist saukalt wird eh eiskalt oh sal ach du scheiße ich kag euch jetzt mal gerade hier zwischen und ich natürlich blau warmes Wasser ist auch gut da ist der Körper ganz normal ich habe übrigens auch schon gespendet das werde ich vielleicht nochmal erbicken natürlich ich habe wegen Wald wo ist Italien war ja ...spenden unter hlsa.org ähm hl ist es eine Nervenkrankheit wodurch man zur absoluten Unbeweglichkeit kommen kann und äh mir fällt gerade auch ich sollte vielleicht die Brüder ausziehen ähm ja die Spende ist für die Forschung dagegen zum Beispiel nein 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 das habe ich jetzt nicht gemacht ach du scheiße jetzt halt echt lass uns mal ich lass uns mal ich lass uns mal wer kommt sich auch nicht bewegen war bei dem Hirn absolut in Ordnung und es soll vielleicht bald einen Heilung dagegen gehen und ich zeige euch das hier noch einmal hier ist Eis drin ähm ja ich hoffe ich habe nichts mehr in irgendwelchen Taschen ich mache jetzt viel zu sonst steht der mich alles unter Wasser so jetzt kommen wir glaube ich so ich bin einmal nicht mehr hoch so äh ja äh die Nominierungen habe ich eigentlich gemacht ich habe gesagt was alle es ist alles viel Spaß äh das ist kalt so was dummes so was dummes so n dumm geschick so was dummes guckt ihr ja noch an und ich sage mal ja verabschiede mich tjüss und tja abonne und lik ich Unlike kommentar schüsses wiedersehen und tschüss